Hallo zusammen, ich bin Berin, Sportstudentin an der Universität Bern und ich habe mit zwei Kolleginnen zusammen eine Übung für euch zusammengestellt, damit ihr auch in Zeiten von Corona zu Hause trainieren könnt und gut bleibt. Wir haben die Übung Bodenwischer-Übung genannt. Dazu braucht ihr zwei Lappen, das können irgendwelche Waschlappen oder andere Tücher sein. Diese legt ihr auf den Boden und steht jeweils mit einem Fuss drauf. Danach sieht die Übung folgendermaßen aus. Man macht eigentlich einen großen Ausfallschritt, indem man das eine Bein nach hinten schiebt, bis es mit dem Knie den Boden berührt und das andere ein bisschen nach vorne schiebt. Danach schiebt man wieder gerade auf und schiebt das andere Bein nach hinten, bis es mit dem Knie den Boden berührt. Dies kann man so ganz langsam machen, einige Wiederholungen, die man nicht mehr mag oder nicht mehr kann. Und wenn das zu einfach ist, der kann das auch schneller machen. Das sieht dann vielleicht einfach so aus. Oder für wen das Ganze zu schwierig ist, der kann einen Stuhl, Gehirn oder einen Hocken nehmen, sich daran halten und so die Beine nach hinten und nach vorne. Oder eben auch schnell. Und wer schon ein Profi ist, der kann so auch die ganze Wohnung mischen. Wie wird das? Ja. Danke. München.